Ach ja. Denken Sie, was ich denke? Alles sinnlos ohne Bier und Zigaretten. Bier! Bier und Zigaretten! Mehr nicht! Da ist deiner! Aua! Da ist deiner! Aua! 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 Hm, das war Indoor. Hallo, Gordon. Ah, okay. Damit habe ich das verdient? Nein, nein, nein! Ah, okay. Ah, okay. Bla 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 bla. Halt die Fresse! Gäste! Tja! Meinst du nicht, wir sollten hier warten? Hä? Keinen Schimmer. Keinen Schmerz. 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 Jorden, wenn ich gewusst hätte, dass du das bist, hätt ich die Tür aufgemacht. Mit Sicherheit. Schon gesehen, die vielen Kakerlaken Yes, habe ich durch Angst bekommen. Naja. Ich sehe ein großes Traum! Naja. Rein dir! Rein dir! Rauschen dir! Rein dir! Ja? Diese scheiß Krawatten, diese blöden. Immer dieselbe Farbe. Rauschen dir! Rein dir! Das ist so fein! Lips! Geh an! Pass auf, wo du hinschiebst! Geh an! Das tut doch weh! Klick, klips, nick, klick, klips, klips! Hallöchen! Ja. Ding! Sieht alles normal aus. Okay. Hallöli! Hast du schon gewusst, dass du scheiße aussiehst heute? Nee, echt jetzt? Wirklich? Ähm, äh, da drin, da, ähm, ja, da, äh, musst du einfach machen, was der sagt. Kannst du dem auch mal sagen, was da drin los ist, ja? Ja, ja, wenn er nur macht, was er gesagt kriegt, hat er keine Probleme damit. Hm, na gut, wie du meinst. Aber ich sag dir nachher, das Spiel, das gewinn ich. Spiel? Welches Spiel? Ähm, ähm, da muss ich wohl was vergessen haben aufzuschreiben. Äh, wir werden sehen, wir werden sehen. Den werde ich abziehen. Ich schwall nicht so viel. Komm, wir machen die Tür auf, damit er mal seinen Kram machen kann da drin. Moin, Gordon. Warum hast du das Spielzeug mitgebracht? Scheiße, der Staat hat uns bestimmt nichts für die Scheiße hier. Äh, nicht. Denken Sie, was ich denke? Ach so, jetzt gebe ich dir mal ein bisschen Stopp. Ähm, und was jetzt? Schwer zu sagen. Hallo. Haben Sie eigentlich Zigarette überprüft? Ähm, ja? Nein. Okay. Warum fragen Sie mich so ein Schallpräger? Als ob mich das interessiert. Ich war doch alle zu eigener Schiff wie sein. Unfassbar. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher. Du weißt auch nicht, was hier abgeht, äh? Ja, ihr geht mir jetzt so langsam auf den Sack. Genau wie ich's erwartet hab. Und kein Stück anders. Gehen Sie da weg. Ich erwarte eine wichtige Nachricht. Von wem auch immer. Sie müssen mich erlassen. Ich bleibe hier. Ich hab da nämlich ein klinger Essen-Automat gewählt. Hehe.